Ich gehe mit meinem Bruder in den Supermarkt. Damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Wir brauchen 20 verschiedene Sachen. In den Einkaufswagen stellen wir eine Kiste Mineralwasser. In der Kiste sind 12 Flaschen. Eine große Packung Nudeln, 2 Kilo Zucker und 3 Kilo Mehl brauchen wir auch. Es kommen 4 Erwachsene und 2 Kinder zu Besuch. Dann sind wir 10 Personen beim Essen. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. Alle essen gerne Kartoffeln. Wir brauchen 4 Kilogramm davon. 6 Flaschen Bier brauchen wir auch. Weil Besuch kommt, kaufen wir Saft für die Kinder. 5 Packungen Apfelsaft sind im Angebot und kosten nur 4 Euro. Es gibt Würstchen. Davon kaufen wir 18 Stück. Wir brauchen auch Obst. In einer Tüte sind 7 kleine Äpfel verpackt. Die Äpfel wiegen 2 Kilo. Wir backen daheim Apfelkuchen. Daraus werden 25 Portionen. Die Gäste kommen um 8 Uhr. Da muss das Essen fertig sein. Wir feiern Geburtstag. Mutter ist 38 Jahre alt, Großmutter wird 65 Jahre. Der Einkauf kostet nicht ganz 60 Euro. An der Kasse bezahlen wir mit einem 100-Euro-Schein. Die Kassierin gibt zwei 20-Euro-Scheine und einige Münzen zurück. Ich gehe mit meinem Bruder in den Supermarkt. Damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Ich gehe mit meinem Bruder in den Supermarkt. Damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Ich gehe mit meinem Bruder in den Supermarkt. Damit wir nichts vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Wir brauchen 20 verschiedene Sachen. In den Einkaufswagen stellen wir eine Kiste Mineralwasser. Wir brauchen 20 verschiedene Sachen. In den Einkaufswagen stellen wir eine Kiste Mineralwasser. In der Kiste sind 12 Flaschen. Eine große Packung Nudeln, 2 Kilo Zucker und 3 Kilo Mehl brauchen wir auch. Es kommen vier Erwachsene und zwei Kinder zu Besuch. Dann sind wir zehn Personen beim Essen. Es kommen vier Erwachsene und zwei Kinder zu Besuch. Dann sind wir zehn Personen beim Essen. Es kommen vier Erwachsene und zwei Kinder zu Besuch. Dann sind wir zehn Personen beim Essen. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. Alle essen gerne Kartoffeln. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. Alle essen gerne Kartoffeln. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. Alle essen gerne Kartoffeln. Wir brauchen vier Kilogramm davon. Sechs Flaschen Bier brauchen wir auch. Wir brauchen vier Kilogramm davon. Sechs Flaschen Bier brauchen wir auch. Sechs Flaschen Bier brauchen wir auch. Weil Besuch kommt, kaufen wir Saft für die Kinder. Fünf Packungen Apfelsaft sind im Angebot und kosten nur vier Euro. Weil Besuch kommt, kaufen wir Saft für die Kinder. Fünf Packungen Apfelsaft sind im Angebot und kosten nur vier Euro. Es gibt Würstchen. Es gibt Würstchen. Davon kaufen wir 18 Stück. Wir brauchen auch Obst. In einer Tüte sind sieben kleine Äpfel verpackt. Die Äpfel wiegen zwei Kilo. Wir backen daheim Apfelkuchen. In einer Tüte sind sieben kleine Äpfel verpackt. Die Äpfel wiegen zwei Kilo. Wir backen daheim Apfelkuchen. In einer Tüte sind sieben kleine Äpfel verpackt. Die Äpfel wiegen zwei Kilo. Wir backen daheim Apfelkuchen. Daraus werden 25 Portionen. Die Gäste kommen um 8 Uhr. Da muss das Essen fertig sein. Wir feiern Geburtstag. Daraus werden 25 Portionen. Die Gäste kommen um 8 Uhr. Da muss das Essen fertig sein. Wir feiern Geburtstag. Daraus werden 25 Portionen. Die Gäste kommen um 8 Uhr. Da muss das Essen fertig sein. Wir feiern Geburtstag. Mutter ist 38 Jahre alt. Großmutter wird 65 Jahre. Der Einkauf kostet nicht ganz 60 Euro. Mutter ist 38 Jahre alt. Großmutter wird 65 Jahre. Der Einkauf kostet nicht ganz 60 Euro. An der Kasse bezahlen wir mit einem 100-Euro-Schein. Die Kassierin gibt zwei 20-Euro-Scheine und einige Münzen zurück. An der Kasse bezahlen wir mit einem 100-Euro-Schein. Die Kassierin gibt zwei 20-Euro-Scheine und einige Münzen zurück. An der Kasse bezahlen wir mit einem 100-Euro-Schein. Die Kassierin gibt zwei 20-Euro-Scheine und einige Münzen zurück. An der Kassierin gibt zwei 20-Euro-Schein. Vielen Dank.